Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Was soll ich mit dem NDR live untertitelt? Was soll ich mit dem Herkram machen? Pass mal auf! Hört ihr mich? Ich bin ein Monster. Ich darf auch lachen. Na, wie haben wir denn da? Na, wie haben wir denn da? Meine Hand. Was ist das denn da? Na, jetzt will ich gucken, oder? BAM! Mein Hammer zeig ich dir. Herr Krumm, lauf doch nicht weg. Sonst fühle ich mich beleidigt. Bitte bleiben Sie stehen. Was fällt Ihnen ein, hier abzuhauen? Bleiben Sie stehen. Ich kriege Sie. Kommen Sie nicht. Ich trag Sie sogar. Das ist doch ein super Service, oder nicht? Guck mal, das einer Teichel. Hab ich sogar vorher noch poliert, hm? So. Und tschüss. Warte, du noch mal weggelaufen bist. Du magst meinen Hammer nicht. Aber ich hab noch was anderes für dich. Magst du das? Ja. 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 So. Auf. Schütz, gut, schütz. So. Ach, Mist. Hey. Alter, lass das so. Alter, bleibst du wohl. Bleiben Sie stehen. Ich habe Müsli für Sie geholt. Ja, komm her. Du kannst gleich wieder anhaken, mein Freund. Das passt auch. Guck mal hier. Oh, ist so ein Glück. Ein Glück. Ich hab dich freut und leid. Engel dich dahin. Arsch. Stirb. Stirb. Na, hat noch jemand ein Problem? So. Dafür, dass es abgeholt ist. Ja. Hallo, Mädchen. Na, komm. Gah. Gah. Du kannst gleich auch am harten dran hier. Hä? Komm, mach sie doch so. Ja, komm. So. Noch ein Problem, hm? Ich starte hier. Na, komm. Oh, nun. Du kannst auch gleich mit abhaken. Mach es euch doch nicht so schwer, Leute. Ich stecke. Mach es euch doch nicht so schwer, Leute. Wo ist der andere eigentlich? Sind wir gegangen? Komm. Na, komm her, Leute. Habt ihr ein Problem oder was? Hm? Nun, weil ich noch mein Boot rausgeschluckt habe, dann müsst ihr gleich alle herkommen und versuchen, eure Kameraden zu befreien. Denn sie gehört jetzt mir. Ja, ich mag stehendes Fleisch. Ja. Ja. Und jetzt sind sie dünner. Du solltest uns auch wieder gefühlen, weil es auch ganz anders ist, warum. Was ist das so? Du hängst auch gleich einen Haken, mein Freund. So, komm hier. Lass hier. Und du kommst mal mit. Mist. Ich hab jetzt gerade keinen Haken. Oh nein. Da häng ich dich jetzt hin. Hör mir. Bitte hör auf. Mach mal's doch jetzt nicht. Mach mal. Ah, Mist. Die Sau ist abgehauen. Bleiben Sie stehen. Was fällt Ihnen ein, einfach abzuhauen, Sie Unpersonen? Was ist denn da? Hi. Ja, komm. Komm her. Lauf doch nicht weg. Komm her. Lauf doch nicht weg. Na, du möchtest du denn? Hm? Komm. Oh. So. Du bist gleich dein Neuester, mein Freund. Zieh gut drauf. Und ich möchte auch nicht genervt werden. Werde böse. Und häng jedem hier an den Kammelhaken hin. Gute Nacht. Kriegst du noch mal von mir. Moment, Moment. Vor den Ruppen. Zack. So, merkt euch eins. Mit dem Süßigkeiten-Onkel legt man sich einfach nicht an. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Nur für euch und für den Nächsten. Ich hab schon meinen Stiel poliert. Hm? Ich hab schon meinen Stiel poliert. Ah, ich weiß es nicht. Wer möchte denn als erstes verpacken? Hm? Okay. Na, aber. Komm, ich kann doch den anderen gehen. Hier, da. Da ist ein schönes, gut riechendes Mädchen. Ey, wieder. Lass doch mal hier. Ah, du kleine Blütschensau. Aber das hält mich auch nicht auf. Bitte bleiben Sie stehen. Ich kriege dich sowieso. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Guck mal. Du kannst genau zum Haken hin. Das ist gut. Stehst du auch auf Haken? Wie ist das, ne? Komm, häng den Kanada. Wie ne Kleider. Hoppe. So, gute Nacht. So. Hier ist es. So eine Schuss. So eine Schuss. Jetzt hat's hab ich jetzt nicht so viel gemacht. Hallo. Wen haben wir denn da? Ah. Was? Halt doch mal hier. Komm. Halt doch mal hier. Ja, so ist das gut. Ne? So. Komm her. War es doch so. Wie bist du? Ich bin da. Es ist so. Am zweiten Haken hin. So. Mit Vergenen. Komm her. Mit davon ist einer. Freie. Den nehmen wir. Was hältst du davon? Hm? Was? Was? Halsschiff? Oh nein. Das ist ein Hagenkipp. So. Bitte. Noch ein Problem? Du stehst doch aus einem Maße. Hä? So. Wollen wir jemanden noch mal her, bis ich dich ziehe? Hm? Versucht es ja nicht. Versucht es ja nicht. Würde ich nicht empfehlen. Ansonsten kotze. Das Kind ist erledigt. Ha? Lass mich. Ja? Oh! Häng dich, Mensch! Meine Güte! Du? Das ist aber ein falsches Apfel. Hm? Schlitz? Ah! Schlitz! Hängen bleibt! Mit? Warum? Ja! Ist du freiwillig, oder soll ich die Kettenfliege anmachen? Hm? Na, pass mal! Ja! 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 Gute Nacht! Guten Flug! Ja! Jetzt hol mir die Nies! Ja! Ja! Seid denn! Seid denn! Was ist das denn jetzt? Ja! Woher? Ja! Wo möchtest du denn hin? Bitte bleiben Sie stehen! Es fällt Ihnen ein von mir weg zu rennen! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Was ist denn ein Schuss? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Das macht man nix! Ha! Oh nix! Ich bin so sauer von Rot! So! Die Schmierwild hab ich schon drauf! Auf der Kettensäge! Ich hab aber nicht genug da! Ah! Komm her! Das ist sogar ein Korni von mir! Oder ein Karamellbewegle! Kannst du mir auch n Schokoboni bekommen! Ah! Das ist alles für die Belohnung! Wer ist nicht frei, weiß ich nicht frei! Der mit Gebrochen ist sicher! Unbarmherziger Sieg! Ist das nicht wunderbar? Ha! 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 Ha ha! Ha! Das war's eigentlich jetzt. Das ist auch das erste Mal, dass ich heute so viele Kills gemacht habe. Richtig cool. Ja, meine lieben Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war eine Testfolge, aber macht ja nichts. Der Equipment-Check und so, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bleibt dran, wir sehen uns wieder demnächst in einer neuen Folge, aber mit einem anderen Monster. Und auf jeden Fall einmal nochmals zum Opfer. Also dann, ihr Lieben. Ahoi. Bis denne. Ciao.